hallo meine sipschigen freunde des geflechtes und herzlich willkommen zu einer neuen fülle von let's play es in odyssey wir haben jemanden neues geholt ladoke die scharfschützen mit bart aus der ruder durch seelag zu wieder herrschen gefeuerkraftsegmente durchspalten söldner ques wir müssen irgendwie einen bericht erstatten das machen wir doch erst mal hallo wie geht es euch denn was habt ihr erlebt hat deuten schon eine serie geguckt kann euch was gutes tun geht es euch gut hat das ordentliches gegessen das viel wichtiger habt ihr genug getrunken sie aus deine kleine gefährt den war schneller als du du bist da schon längst ich kenne alle abkürzungen tut mir leid alex ist schon gut du hast es gut gemeint ich dachte ich schleich mich rein so wie vorher ich bin froh dass du es nicht gemacht hast bei dem was da drin war was ist denn passiert ich komme aus den lustgemächern des höckers es ist kaum zu glauben und genau da solltest du hin nein doch dein freier wurde gezwungen dich dort abzuliefern und dann fand ich noch dies was soll das bedeuten sieht so aus als hätte ihn der höcker erwischt er steckt hinter allem hier immerhin weiß ich jetzt wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will er wird dich in ruhe lassen er gab mir sein wort es scheint als könnten wir dir wirklich vertrauen oder wir lassen uns nicht alle so leicht erpressen einer frau zugefallen 6.900 stufe 21 hey ein fähigkeitspunkt neue gravur ich schaum gesundheit verbessert dann machen wir wohl als nächstes mal töten das ist ein hagel von fünf fieber auf einen einzelnen gegner passen ich werde 221 kriegerschaden anrichten generiert drei adrenalin segmente höchst leistungs angriff kriegerfähigkeit extrem stark angriff von der art der verwendeten waff abhängen mit drei volladrenalin segmente ich wollte erst mal den höchst leistungsschuss halte drücke er um zu schießen bin gespannt das ist ein nebenquest jetzt ok aber wir kommen ja sowieso noch bald nach mykonos deswegen bietet sich das tatsächlich halbwegs an wir haben immer eine quest angeblich offen das ist eine wirklich schöne melodie die sie da trellert nicht wirklich alle weiß ich drei meter vor ich weg bin müsst ihr nicht aus dem weg springen so ein kleiner typ und ihr müsst mir auch nicht in den weg springen ich habe heute frikadellen gegessen und kartoffelpühe und bohnen und braten so bei meinen eltern gucken was ich morgen esse hat man wieder bock auf reis ich habe schon lange nichts reißiges mehr gegessen und auch lange kein geschnetzeltes mehr so lassen die mich da rein laufen alles anzünden oder muss ich da leute für umbringen ich glaube nämlich eher zweiteres ich sollte mich hier nicht erwischt meinst du ganz unauffällig das ist der ort verbrennen wir ein paar waren das ist der ort ich muss hier nicht fort durch dich habe ich eine zweite chance klar bewährte das bitte bei jelb ich weiß noch nicht ganz genau was wir hier verbrennen müssen weil ich will erstmal die gefangenen befreien anscheinend gibt es nämlich noch zweiten oder eine zweite jetzt sind das aber die dinger hier lieber verbrennen müssen oder was das war richtig ich frage mich was noch ist das anscheinend auch nicht das anscheinend auch nicht dass das 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 erhöhte das ja 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 Was ist das? Einer ist halt wie gemein What the fuck Was ist das? Was ist das? Was ist das?